Was ich brauche, ist die Meinung eines Außenstehenden. Eine Meinung? Ich bitte dich, nein. Pass auf, aufgrund des internationalen Drucks muss Pinochet eine Gegenkampagne akzeptieren. Das ist die Gelegenheit für uns, die Diktatur zu stürzen. Und Pinochet macht ein Referendum, um es zu verlieren? Dieses Referendum hatten wir doch schon in dem Augenblick verloren, als die Faschisten es ausgerufen haben. Also wozu denn die Kampagne? Na, mit Regenbogen. Ein Regenbogen? Ja. Steht das nicht für die Schwuchte? Wir brauchen was Zugkräftiges, das genau die Bedeutung transportiert. Etwas Fröhliches, so wie... Dann die Freude an sich. Was gibt's Erfreulicheres als die Freude? Nichts. Nichts. Wir verwenden die Ästhetik und die Sprache der Werbung. Auf mich wirkt das wie ein Werbespot für Coca-Cola, aber hier geht's doch wohl um mehr. Ja, werbe. Oh gut, nein, nein, nein. Patsche, bei allem Respekt, pardon. Chile, la Alegria. Ya bien. Action! Der Gott Angst hat, dass wir uns auf seinen Lungen gehen lassen. Eine Provokation. Kann dieser Affenzirkus nicht beendet werden? Das wäre ein Skandal. No me gusta, no, no, lo quiero, no, no. Komm, komm, komm. Mach dir Augen zu. Augen zu. Basta, wir müssen kreativer sein. Drehen wir den Spieß um. Sei doch so arrogant. Und das da ist unser Ende. Und pass auf deinen Sohn auf. Das ist keine Kampagne mehr, Guzman. Das ist eine Staatssache. Ja, heftig. Mir gefällt's. Ich würde es rein nehmen.